hallo und willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news bei uns auf dem kanal sofort und gleich neben mir sitzt der sofort und dann schauen wir uns doch einfach mal an was und wichtig ja ganz ehrlich ja wenn die freundin so rumläuft dann ist es vielleicht ganz kuschelig und knutschig und goldig und was weiß ich aber jetzt hier in dem spiel habe ich das nicht also gut nur bei wenn es wahrscheinlich auch ganz witzig wenn einer hier richtig killt und was weiß ich zerstört und dann läuft er mit so einem komischen ding darum aber trotz allem mir gefällt es nicht aber ich gebe hier vier von zehn ach du scheiße der komplette nächste und da kommt der nächste mit dem herzchen nase siehst du das herzchen nase bambus sind drauf auf dem rücken der panda wer hier mein gott mein gott ja was soll ich darauf geben ich weiß es nicht darauf gebe ich auch vier von zehn das ist der feuerwerk beauftragte das sieht er aus nach der amerikanischen flagge naja die sterne würden fehlen es ist doch noch mal auch dahinten lassen wir die sterne die wurde doch sogar es gibt wurde noch extra zu seinem event gemacht also amerika sehr sehr populär ich weiß genau nicht alles was so hootsplosion ja also auch das kräuselig kräuseliger und am kräuslichsten auch da würde ich ja vier von zehn sieben von zehn muss wie geil ist das ding denn was ist er ist so flauschig weil aus dem luchtballon ist der vor swan mega witziges teil finde ich ja mal total lustig da muss ja sorry leute manchmal habe ich halt so eine spinne aber da muss zehn konzentrieren so witzig was ehrlich ja dann haben wir schon gestern gemacht die bewertung genau reken den tanz den ich aus versehen gekauft habe aus versehen kann man sich aus versehen dann ich wollte mir ja und schlimm ja gut ich sehe das also ich spiele noch mal erneut ab ich finde den ziemlich cool breakdance phase krasse muss schon geil wenn das einer kann ich gebe dem ding auch acht von zehn das sieht man ja bei dir wie denn da muss mir die partikel ein nein guck mal hier artikel musst du wieder dann machen müssen wir die partikel aus hätte wahrscheinlich gereicht jetzt stürzt der rechner ab jetzt sieht man die partikel ja jetzt sieht man die partikel und ich finde ganz okay sie aus wie eine deutschland fahne das ist keine deutschland fahne also ich finde das ding mega geil ich gebe 8 von 10 6 von 10 okay ein neues ging der sonn ich hasse den kriegsspalten ein moment hier also ich hasse den hier ich hasse den kriegsspalten ich hasse auch diesen skin 0 von 10 naja ich finden also ich sag mal so es passt halt zu dem spiel und ja mit der augenklappe da und da oben ein panzer granny käppchen wobei das sind das müsste ja es gibt uns einfach nur horror ja und dann hast du hier unten naja es ist ich sag mal so wenn einer im wald was weiß ich denn ich bei wailing woods rumrennt passt er sehr gut 4 von 10 und die könnte sich am besten über den kopf ziehen ich glaube dann würde sie schöner werden ja glücksjägerin aber schon ja ja ich weiß nicht heute bei den ganzen skins ich bin heute um 4 von 10 ich weiß auch nicht warum 4 von 10 ja 2 von 10 so was haben wir denn da sauber ja ja das ist ganz cool das ist ganz cool öhm 500 bebachs nicht schlecht der ding 4? 7 von 10 bin ich von ganz bei dir das ist getarnt ist schrott